Mann, oh, mir ist so langweilig. Wer bist denn du? Ich bin Erwähnman. Heißt das, du erwähnst mich im nächsten Video? Ja, natürlich, aber nur bei der Erwähnungsflut. Dann sag ich das, dann sag ich das, dann sag ich das. Ah, ihr seid ja schon da. Hallo Leon, ich bin's, Eicher Ben Benetton. Und wir haben diesmal eine Premiere, eine ganz große Premiere. Und zwar ist das der zehnte Teil von der Erwähnungsflut. Und wisst ihr, wie ich immer solche Premieren feiere? Wuhu. Bevor wir zu den Erwähnungen des Tages kommen, möchte ich euch noch ein paar News erzählen. Und zwar habe ich vor kurzem von einer Angst gehört, wo derjenige Angst hat, was links vor einem steht. Das heißt, alles, was links vor einem steht, macht einem Angst. Ich meine, mit so einer Angst kann man es auch ein bisschen übertreiben, oder nicht? Oh, das ist der Jason, das ist dieser berühmte Axtmörder, der Serienkiller, der was urviele Leute auf dem Bissen hat. Aber solange er rechts steht, ist es ja kein Problem. Was steht eigentlich links neben mir? Ja, dann habe ich nur eine Angst herausgefunden, und zwar die Angst vor dem Stehenbleiben. Ja, das gibt es wirklich. Es gibt gewisse Leute, die was Angst haben, einfach nur, wenn sie auf einem Fleck stehenbleiben müssen. Obwohl, ich stelle mir das auch ziemlich lustig vor, weil, angenommen, ich hätte jetzt Angst vor dem Stehenbleiben, wieso ich die Videos moderieren? Ja gut, aber wenn wir schon so viel rennen, dann können wir das auch ein bisschen actionreicher untermeunen. Ja, da kommt Bewegung ins Spiel. Ja, und wir kommen jetzt zu das, auf diese so sehnsüchtig Worts, und zwar zu die Ben, wenn du mich nochmal erwähnst, dann bist du mein allerbester Freund. Wirklich? Nee, eigentlich nicht, aber es wäre trotzdem ganz cool. Ja, genau, zu die Erwähnungen. Und die folgenden Erwähnungen sagt mir heute mein heiliger USB-Stick. Hallo USB-Stick, sage mir die Erwähnungen des Tages. Ich sehe, ich sehe, es ist ganz dunkel, aber ich sehe... Benjamin Blümchen. Tareee! Benjamin, du lieber Elefant, kann sprechen und wirst überall bekannt. Tareee! Ähm, Ben, warum steckst du den USB-Stick nicht einfach auf den Laptop? Das ist ja viel einfacher. Äh, hab ich ja gewusst. So, jetzt sehe ich es. Und zwar möchte ich grüßen, die Lisa Kronos und die Marie Piribauer. Schönen Gruß euch allen. Ähm, da steht noch was. PS-Virus wird installiert. Nein, 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 löschen, löschen! Ja, und die nächsten Erwähnungen, was kommen, die habe ich in einem superlil Zaun gepackt, was ihr, glaube ich, alle noch kennt. Und zwar den Konrad, den Kornfeld, den Höller, den Handler und den Gratwuhuuii. And shower to the left, and shower to the right. And don't forget the boogie! Okay, jetzt wird man es bleiben lassen, bevor es ganz übertrieben wird. Und das war es schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst es ein Like, dann vergesst es nicht zu abonnieren, damit es ja nichts verpasst. Und nicht vergessen, it's time to be socially. Bye!